dann bauen wir hier noch ein hellen dreimal brauchen wir noch drei wiesen das ist sechs mal schmutz könnten wir eventuell sogar von der insel bekommen pass mal auf ich baue uns mal so ein teil erstmal nicht finde batterien haben wir brauchen für das ding einmal die leiterplatte für die leiterplatte brauchen wir was kunststoff kupfer waren auf jeden fall liegen und einer leiterplatte lag glaube ich noch drin ja wir können ja zwei bauen zwei von den dingern 23 genau das packen war wieder weg die leiterplatte haben wir brauchen bolzen ich baue ich uns gleich drei fertig egal es ist ja eigentlich schon noch kein kunststoff mehr guck mal den kunststoff bloß einer leiterplatte haben wir noch leiterplatte leiterpsel glaube ich gesehen zu haben wir haben vier alles doch aber dafür brauchen wir echt nicht die packen wir wieder rein ja dann gucken wir mal das habe ich erst dran gebaut ist mit dir falsch ich bin doch ich bin echt noch zu weit weg ich muss da noch ein stück ran fahren so kann ich da hinten drauf ja ok alles klar dann kam dann kann mir das das zeug wieder weg ich mache das jetzt mal hier gleich mit rein dann haben wir jetzt noch hier die pflanzen die packe ich auch erst mal mit rein zusammen kommen erst mal mit weg die federn kommen weg die steine kommen weg jetzt sind munition habe ich noch die 20 wie gesagt lasse ich noch mal inventar mehr mache ich nicht alles andere kommt weg so ja dann bauen wir die teile mal auf okay pass auf dann müssen wir leider den weg machen wir das entfernen wir mit x bauen dort hätte ich jetzt noch gedöhnt würde ich das auch tun so müsste reichen dann bauen wir da jetzt so ein teil drauf das müssen wir auch noch weg bringen so dass wir einmal das dann kommt hier noch eins mit hin dachte ich so und hier kommt noch eins hin vielleicht ein bisschen versetzt oder ich weiß es nicht kommt er da schon dran oder sind die grund auf schon mal bewässert ich weiß es echt nicht ich packe den mal so mit hirn das sind jetzt drei stück da das ja eh noch nicht so benutzt wird packe ich mir jetzt noch mal die alten batterien drauf dass die leer kommen jetzt brauchen wir echt mehr von diesen glas dingern glaube ich okay das heißt wir brauchen mehr wir haben ja 15 glas warum auch nicht das sind sechs so das ist glas nämlich auch alle 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 wir haben jetzt drei konnten wir jetzt bauen ja das sollte genau machen wir erst mal die drei jetzt hin nummero 1 nummero 2 dann können wir dann vier bauen ok sehr gut sehr gut dann haben wir das das kommt hier mit rein ich habe kein selber kein wasser mehr weiß dann mache ich mir wasser hier und so es regnet du kannst auch einfach mut aufhalten drei mal 23 dann nehmen wir uns noch so ein teil mit dem echt verdammt gut sondern sondern voll und auch weg weg das netz packe ich hier mit rein das war irgendwo ich glaube hier genau tatsächlich gar nicht so viel glas gab ich eigentlich dachte das wetter muss man jetzt eh noch abwarten dann fühle ich das hier mal auf ich habe noch fünf rote rübensuppe gibt das dann haben wir das dann kommt das weg dann kommt das weg okay das kann das mal so bleiben den raken mache ich hier noch mit wenn der andere dann kaputt ist dann können wir den immer noch umsetzen also ersetzen ich hätte gerne abgeschossen jetzt gerade aber naja heute kann man gebrauchen ihr wisst es doch ihr wisst es doch was ich vorhabe nein hast du davon so dann ist er auch schon mal daumen der junge einmal hat noch gefehlt so aber es auf der machen wir das anders dann hole ich mir das zeug hier erst mal noch eben schnell bevor der kumpel wieder kommt mache aber vorher nein lass mich mal wir ziehen jetzt vorher mal um so bisschen zeit verschwendet da ist unser haken aber naja bisschen zeit haben wir noch bis er wieder kommt das blaue nehmen auf jeden fall mit ganz wichtig schrott brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich mehr aber weiß ja nie man weiß einfach nie brauche ich auch nicht aber das ist die macht des looten bei mir ich muss einfach das geht nicht anders es ist immer wie eine sucht da ist nochmal blau nehmen wir mit die muscheln nehme ich jetzt nicht mehr mit ist ich brauche die echt nicht habe ich doch gewusst ich habe es doch gehört zweimal bolzen ja ich war zu nah schon vergiftet der ist gut da war ich doch schon zu nah wie weit draußen wir sind es ja unglaublich okay gucken aber irgendwo noch was finden ansonsten sind wir hier nämlich auch durch drei mal der blaue pflanze das wollte ich unbedingt unglaublich wichtig die blauen fürs essen aber hier ist nichts ich kann jetzt nichts sehen zumindest hier ist wirklich gar nicht nicht etwas ja ich 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 es ich 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 wir müssen echt abwarten ich krieg den sonst nicht der ist nämlich verdammt flink das fehlt auch noch da läuft mir die ganze zeit nach dieses schwein still weg das noch 1 zwei stück gleich das ist ja eine ganz schön ausgewogene insel hier oh ah ha ha so lily ok keine ahnung ach so dann können wir hier auch auf jeden fall mal frei machen ich habe nicht gedacht ich brauche keinen mehr aber naja egal dann lasse ich das ding jetzt mal so wie es ist muss auf jeden fall was trinken und das bekommt auch noch mal wasser ok gut mal gucken ob wir dann den schmutz finden das brauchen wir auch noch das ding packe ich mal wieder weg aber gut dass ich den gleich erwischt habe mit einmal ich dachte so jetzt oder nie wegen dem blöden vielzeug noch dazu da diese klein scheiß das aber leider keinen eisen gefunden naja ist jetzt nicht so wild warum hatten sich das hier schon da verschoben ach weil der haken ok oder mal der haken hier und die achse ist ja kaputt gegangen ich brauche mir jetzt gerade mal keine neue machen wir mal die bolzen hier mit rein die ausrüstungsgegenstände hier mal mit rein kopf da halt quatsch das wollte ich mal die samen hier mit rein sand hier rein so jetzt habe ich natürlich wieder vergessen wie immer ist ja nichts neues hier nämlich den schrott und nochmal setze ich die gleich an ja machen wir so 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 lockt das so lockt das